Musik 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 Ich hab 22 Tonnen Ich hab vor oder was? Los! Ich hab 6 Tonnen Musik Ich war letzter Reggie, fährst du? Nö, noch ein bisschen dann Scheiße, wie fahren wir denn jetzt? Oh, 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 erstmal kurz Oh, du hast schon mit 3 Tonnen, der Philipp Scheiße Ja Wo fangen wir denn jetzt lang? Auf die Autobahn, würde ich sagen Ja, du bist schon richtig Hier war rot, ihr schlimmen Fingers Wer hält denn hier an, die von euch? Äh, Leo Was ist denn hier los? Ja, aber das ist ja falsch Ui Leo Lass uns doch einmal kurz gucken End Ja, mal dicht Mal dicht Mal dicht Mal dicht Mal dicht Mal dicht Leo Ich fahr doch Son Einem Son bisleunigen Aber im siebten Gang will er den Zug Boah Hier ist Stop and Go, Leo Werner im nächsten? Ja, ja Oder hier ist bla bla Nix da bla bla Moin 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 Akira, was los? Ich fahr hinten Oh, Ritchi, oh, Ritchi liegt gleich wieder auf der Seite Das ist jetzt Quatsch Ja Warum nicht wieder, sitzt man so von den Boxen in der Seehoek Nein, 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 nein Nein, 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 nein So ist mir nicht ganz richtig Vielleicht in die Abwehr, die Straße Ja, das ist bei dem her Ja Du bist sogar ohne Hänger umgekippt Es ist noch viel trauriger Ist eigentlich Stimmt, ich werde davon auch umgekippt Das ist gegen mich, das gefällt da Ah, ah, ah Ah, Ritchi immer mit seinem Vorratstank, ne? 6 Tonnen Da hatt ich einen komischen Bohrer drauf Ja, 7 Tonnen Wow! 8 Der ist da hinter mir? Im Namen hatte ich nen Segelboot, 6 Tonnen Ritchi, Hup nochmal? Mhm Ah Da ist ein Signal oben Ja, ja Da könntest du hupen, Guck Jaaa. Leo, you wanna wait? Jaaa, I can do so. Philipp hat schon mit 3 Tonnen. Dann soll doch Philipp vorfahren. Eben. Ich dachte ich wär der schwerste. Ja. Heute nicht. Jetzt sind wir eingelassen. Gib Gas, Leo. Wir müssen hier links, ne? Ja. Jaaa. Jaaa. Ach, die blöde Kreuzung wieder. Na pass auf, nicht falsch abliegen. Ja, Ranz. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Da wollten wir vorhin jemanden überholen, dann abbiegen und auf einmal bei der Betonwand. Das ist die Kreuzung. Ah. Und wer war stärker? Äh, das Lenkrad. Oder wo bleibt ihr denn? Philipp fährt nicht weiter. Leute. Und ich dachte eben, die Betonwürden wär stärker gewesen. Das ist die Kreuzung. Na Johnny, bist du wieder auf der Toilette oder warum halt das so? Ne, ich spreche mit dem Handy. Ah, ok. In der Kirche. Da geholt er einfach, da kennt er nichts. Ja, ja. Mit dem orangenen Anhänger kannst du immer überholen, hab ich gehört. Das ist nur ne Regel, ne? Ja, ja. Ja, ja. Was ist denn hier, Werner? Ja, Leo. Hallo. Nicht gut? Ich gehört doch drüber. Bei mir. Super! Philipp, was machst du? Philipp! Oh, wait! Philipp! Oh, ich muss hier tanken. No, no, you don't. Doch, doch. Nein, nein. Nein. In Österreich ist der Schmidt nicht so gut. Der Beste. Der Beste. Not. Wir wissen, wie es geht und Lena auch. Ich hab gesagt, ich muss tanken. So geht das nicht. So geht das nicht. Oh, Richie. Okay. Da fährt der schon wieder durch. Du musst auch tanken. Geh mal weg da. Ist nix, Rodelpumpsen. Geh weg da. Mit anpassen. Nix da. Gas da. Gas! Philipp! Gas! 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 Philipp! Vollgas! Oh mein Gott! Was war das denn? Was war das denn? Sorry. Da ist jemand in die Augen gerade. Tut mir leid. Ich finde es doch erst rausgehen soll. Ah, jetzt macht er mir... Oh, jetzt sind wenigstens alle wach. Du bist so ein Faker, ne? Der kommt noch von links wieder. Na ja, das ist schon der Werner zu sagen. Oh ey! Ei! Ei! Also mit dem fahr ich nicht mehr. Ei! 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 So. Ja, toll. Toll. Gehts jetzt besser? Schön. Ja. Nehm ich sogar. Philipp, kann ich rüber? Okay. Kann ich rüber? Da, du unverschämt! Vollgeschnitten! Hat schon gereicht. Ich hab mir diesen Bescheid gesagt, oder? Ja! Den Werner, der muss sich im... Ich hab gefragt! Was willst du von mir? Alter, der hat nicht die Abfahrt gebaut, ey! Der hat nicht die Abfahrt gebaut, ey! Buggelt der gar nicht? Ja, schon. Ja... Jemand tanken? Was ist das denn? Ja, ja, ist ein bisschen hügelig. Ey! Ey! Oh, nee! Ja! Ja! Oh! Wir sind auf dem Weg von Bratislava nach Frankfurt. Also irgendwie war ich mal auf Platz 2, ne? Zwischen Wien und Linz. Ah, das hab ich jetzt gehört. Ich bin hier wohl auf Platz 5, oder was? Ah, cool! Wieso? Weil ich hab ne Klagen vor der Station. Oh, je! Ja! Das gibt's doch nicht. Das sind Raulis. Nein, nein. Wie ist das eigentlich mit live? Das sind alles Raulis, ja. Ja. Wie ist das mit live sein bei euch? Ist das okay? Was ist das denn? Live? Was? Live ist live? Na, 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 na. Ach so. So, Latte. Ist jemand dagegen? Kommen wir so rum? Nö, nö. So wie Leo das sagen würde, isst mir Peng. Äh? Peng? Ich bin Schokolade, sag ich mal. Ja! Schokolade? Ihhh! Currywurst? Currywurst? Ihhh! So, Linz, siehst du mich noch? Ich seh dich noch, ja. Ich denk ja weiter, was man mit der Currywurst und der Schokolade machen kann. I get. Essen? Ist das wie die Ahnung? Äh? Ja, Leo, ist klar, dass du jetzt ans Essen denkst. Was? Was denn sonst? Ja. Essen, natürlich. Weiß ich nicht. Ich seh, ihr seid so verstrahlt. Das ist furchtbar. So, das war noch nicht live. Richi, Richi, wo wüsstet ihr hin? No, no, kackfucking. Oh mein Gott, Leute. Kommt mal näher hier. Warte, bis du dir auf die Seite läufst, um die Auslagen zu haben, Männer. Oh. Ach so, das ist der Richi? Nee, nee. Dann hol dir besser noch einen Tee, das dauert noch etwas, Richi. Ich bin grad am Trinken hier. Ach so. Ach so. Ja, Kira überholt mich gerade. Nee, der ist Philipp. Hm, da kennt er nix. Der fährt hier grad durch mich durch von euch, Wahnsinnigen. Ja, der ist klar. Also jeder. Das ist der Werner, der da vorne fehlt. Ach so, um 10 Uhr vormittags brauch ich kein Licht mehr, glaub ich. Doch, doch. Um Österreich immer Werner. Ja. Irgendwer leckt da hinten rum. Weiß das. Ah, Kira. Du kommst ja nicht vorbei. Du kommst ja nicht vorbei. Du kommst ja nicht vorbei. Nein. 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 Ach, nur Fliegen ist Schöne. Ja, komm. Bin ich vorbei? Nein. Okay. Innen drin. Immer noch? Ja. Richi, Richi kommt von hinten. Von hinten. Von hinten. Rrrr. Richtig geil. Also nebenbei, ihr seid jetzt live. Ja. Ja, das stimmt. Wir sind sowieso Schweden. Ja, also Wurzel aus 75. Ähm. Pi mal Daumen. Also Richi, es ist nicht Bird 3. Nur mal so, ne? Ja, das zählt ja schon lange weg. Warte, rast der so. Ich glaub, der transportiert irgendwas Illegales. Der hat wieder sein Speed-Ding da drin. No, no Speed-Ding. Ja. Nur Speed-Ding? Heute nicht. Heute? Ah, nur heute nicht. Aha. Redet ihr uns noch? Alle meine Zuschauer, schau. Hä? Ihr habt es gehört. Ja. Nur heute nicht. Oh, 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 oh. Puh. Was geht schief? Weiß nicht, wer der Holz-Transporter. Der fährt ja hier 5 km h. Die nächste rechts. Werner, bist du abgebogen? Äh, ich bin etwas weiter hinter euch. Wuh! Ja. Jo, die nächste rechts, jawohl. Wollen wir mal auf die anderen warten, oder was ist das los? Können wir irgendwas? Kommt da hinten angeschossen. Was ist denn das hier? Holz? Weg da! Ja. Ja, ja, ja. Spintar jetzt. Der fährt ja nur 20 km h oder so. Zweiter Vollgas. 290 Tempomat reingeschmissen. So, wir müssen hier runter. Wer hinter mir ist, wir müssen hier runter. Ja. Unten links. Oh. Oh, ey. Ich fahr 1 plus und ihr? Ja. 3 minus. Bäh. Ist nicht deine Schwulnote, Werner. Was? Nicht? Ach so. Ja.